In diese Richtung. Und zwar, weil hier vorne an der Spitze so ein kleiner schwarzer Punkt ist. Das würde ich sagen, ist der Bugball. So heißt das bei denen. Damit sie, wenn sie nicht sehen, wo sie hinfahren, nirgendwo gegendonnert. In die Richtung, da hier dieser Boppel ist. Nee, nee, dann fährt sie in die Richtung. Sorry. Man muss sie irgendwo gegenstoßen. Verkehrt. Das hier ist die Fahrtrichtung, da wo der Pinökel dran ist. So ein Pinökel? Nein, weil die haben so eine Bommel vorne dran, damit die nirgendwo... Aber die ruhen doch dann hier so nach hinten. Nein, nein, das geht. Die sitzen so und schieben das Boot her nachher. Ja, das ist auch nicht als erstes im Ziel. Na, da. Ich wusste auch noch, wie das hier rückwärts wird. Tenenziell immer rückwärts. Würde ich auch fahren. Dieses Boot fährt... In meine Richtung. Ja. Oder? Ja, genau. Stimmt. Aber die sitzen ja rückwärts rum. Und das ist ja der Wellenbrecher hier vorne. Also die fahren in diese Richtung. Okay. Man sieht auch ganz klar, dass die Rudelrad es nicht hinkriegen, auf einer Seite zu fahren und gleichzeitig zu steuern. Wir sind halt irgendwie schon ein bisschen krasser. Krasser. Ja. 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 Ja.